Ja, cool, dass es geklappt hat. Ja. Ja. Ist cool. Mhm. Ich auch. Ja. Äh. Mhm. 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 Cool. Ja, cool. Äh, he, he. Hi. Na, alles klar? Ja, jetzt ja. Und wie geht's dir so? Ja, super. Jetzt, wo ich dich sehe, das passt perfekt, oder? Findest du auch? Merkst du das auch direkt? Ähm, ja, waren ja jetzt gerade die ersten fünf Sekunden, aber ... Match total, ne? Also man merkt das sofort, finde ich. Als würde man sich schon ewig kennen. Du machst den sympathischen ersten Eindruck auf jeden Fall. Ja, also ich kenn mich schon mein ganzes Leben gefühlt, so. Ähm, ja. Wir sind eins. Ja, vielleicht werden wir das mal. Ja. Ich würd's jetzt nicht überstürzen. Kann ich ein Foto von dir machen und das meinen Eltern schicken? Die sind schon ganz gespannt. Ich hab denen erzählt, dass wir uns heute treffen. Ja, klar. Guck mal, glücklich? Cool. Voll schön. Unser erstes Foto, eins von vielen, die noch kommen, ne? Auf jeden Fall. Tausende, Millionen. Thema Hochzeit, hast du da irgendwelche Vorstellungen schon so, wie du feiern möchtest? Groß, klein? Ja, ich würde das alles jetzt erstmal langsam angehen. Wir kennen uns ja jetzt erstmal kurz. Klar. Ganz langsam. Aber du kannst mir ja schon mal so grob irgendwie ne Liste schicken mit Leuten, die du einladen möchtest. Ja, ich hoffe, es ist okay für dich, dass ich den teuersten Laden der Stadt gewählt hab. Darunter geht's bei mir nicht, ne? Ich bin immer hier. Einmal die Karte bitte. Hallo. So, was darfst du denn zu trinken sein schonmal? Ich glaub, ich würd einfach ein stilles Wasser nehmen. Nee. Das machen wir nicht. Mach mal ne große Flasche Moet. Ich muss noch kurz, ich hoffe, es ist okay für dich, wenn ich meine Wertsachen auf den Tisch lege. Weil meine Taschen so voll sind. Klar. Du musst auch, wenn dich das nicht stört, einen Teil meines Bargelds auf den Tisch legen, weil sonst rollt meine Tasche zu sehr aus. Und natürlich der Autoschlüssel, der piekst immer so in der Tasche. Zweitwagen, den kann ich auch eigentlich hier hinlegen. So, wie geht's dir denn? Warte mal kurz, Geschäftshandy. Bei Louis Vuitton, die geben sich auch langsam keine Mühe mehr, oder? Ich hab das zwei Tage und hier unten ist schon wieder, guckt schon wieder so ein Faden raus, ne? Ich bin jetzt hier grad ein bisschen erstaunt. Ja, kein Wunder. Kein Wunder. Ich bin ja auch sehr erfolgreich. Ich arbeite sehr viel. Ich hab zwei, drei Firmen, um die ich mich kümmern muss, ne? Und hab natürlich auch sehr viel in Kryptowährungen investiert. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel über mich reden. Ja. Ich bin ja auch wegen dir hier, ne? Aber ich sag mal, der neue Mercedes, der macht schon Spaß, ne? Der macht schon echt Spaß, ne? Der macht schon richtig Spaß. Und was machst du sonst so? Ich mach Geld. Ah. Ich mach Geld. Schön, dass du da bist. Ich hab direkt eine Frage. Interessierst du dich auch für Sternzeichen? Ähm, also erstmal danke für die Einladung, aber für Sternzeichen ehrlicherweise nicht so. Ich hab heute eins. Was bist du? Also ich glaub da jetzt ehrlicherweise nicht so dran, aber ich bin Steinbock. Steinbock? Ja. Warte mal ganz kurz. Ich bin Fisch und ich hab hier mal was rausgesucht. Der süße Fisch ist ein ausgezeichneter Partner für einen Steinbock. Wenn sich ein Steinbock und ein Fisch zusammentun, so gleichen ihre kombinierten Stärken ihre individuellen Schwächen aus und zusammen bilden sie ein solides und glückliches Team. Okay. Okay. Cool. Was ist denn dein Aszendent? Keine Ahnung, was mein Aszendent ist. Wie, wie? Du weißt das nicht. Das ist doch was, das muss man wissen. Kennst du denn zumindest dein Mondzeichen? Auch nicht. Hast du dich gar nicht auf dieses Date vorbereitet? So, ich hab hier einmal die Rechnung. Ah ja. Zusammen oder getrennt? Zusammen. Achso. Achso, ja dann zusammen. Dankeschön. Ja, zusammen dann. Ich dachte ich... Ja. Also sie können's ja. Danke. Ich lasse das mal hier, ja? Ja. Danke. Und ist viel? Ja. Danke. Cool. Ich dachte eigentlich, weil du hast mich ja eingeladen. Ich? Ja. Achso. Schon. Ähm... Ja dann machen wir einfach getrennt, oder? Würde ich sagen. Ich guck mal, was hast du? Äh, wir zahlen doch getrennt. Okay. Ja. Muss eben rechnen, was ich dann hatte. Das Pilz hier. 2,70 Euro. Und den Salat, den kleinen. Okay, 9,40 Euro macht das dann. Kannst schon mal deinem zählen. Ja. Das ist ja der Rest dann. Kannst du ganz leid ausrechnen. Also 2, 4, 5, 7... Hast du noch 20 Cent? Dann kann ich genau passend zahlen. Nee, also... Ich hab nur 9,20 Euro. Ich... Ich glaub, ich würd dann einfach mit Karte alles zusammen bezahlen. Achso, dann geb ich dir das einfach. So. Okay. Mit Karte. Ich hol eben das Kartengerät. Können Sie vielleicht eine Tüte mitnehmen? Perfekt. Die 20 Cent überweise ich dir dann per Paypal später noch. Ja. Unbedingt. Ja, schön, dass das geklappt hat. Ja, voll. Wie war denn deine Anreise? Ziemlich lang. Lang? Echt, ja. Ja, ich kenn da natürlich auch noch was, was ziemlich lang ist. Aber da reden wir dann später drüber, ne? Erzähl mal ein bisschen was über dich. Was sind denn deine Hobbys? Ja, ich reite gerne. Mhm. Ja, bietet sich hier auch an. Kann man in meiner Wohnung auch. Hast du auch Pferde, ja. Ja, jetzt nicht direkt. Aber ich hab mir jetzt schon ab und zu mal sagen lassen, dass ich die ein oder andere genetische Gemeinsamkeit mit Pferden haben könnte. Aber das soll jetzt hier noch nicht Thema sein. Später. Was machst du denn so beruflich? Ich arbeite in der Buchhaltung. Buchhaltung, ja. Ich mein, wer weiß. Vielleicht kannst du später ja auch nochmal was anderes halten. Aber wie gesagt, kommt Zeit, kommt Rat, ne? So, jetzt hab ich aber auch Durst, oder? Ja. Jetzt gönnen wir uns mal so richtig. So, einmal die Cola für die Dame. Ist aber auch nur zum Warmwerden, ne? Dann hier einmal das Radlauch. Jawoll, danke dir. Die zwölf Schnäpse, die sie bestellt haben. Dann soll ich das Tablett einfach hier hinstellen? Mhm. Dankeschön. Dann teilen wir aber auch, oder? Ähm. Die kurzen? Kein Alkohol. Das ist gar kein Alkohol? Nee. Also ich sag immer, ich hab kein Problem mit Alkohol. Nur ohne. Dann, äh, cheers. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, ne? Ja. Runterspülen mit Wodka. Genug getrunken. Jetzt wird gesoffen. Ähm, ich hab ja auch ein Pferd. Echt? Weißt du, was ich da immer sag? Es trinkt der Mensch, säuft das Pferd. Nur heute ist es umgekehrt. Ha. Es tut mir im Herz so weh, wenn ich vom Glas den Boden seh. Äh. Komm, machst du noch mal drei Bier? Äh, können wir mal ein Wasser kriegen? Zwei Bier noch. Ein letzter Wille, noch mehr Promille. Ist aber schön mit dir, du. Ja, cool, dass du da bist. Freut mich. Ja, danke. Und, ähm, geht's dir gut? Ja, super. Dir auch? Ja, mir geht's gut. Danke für die Einladung auch. Ja, gerne. Cool, dass du gekommen bist, hab ich ja schon gesagt. Nette Wohnung. Danke, ja, ich wohne hier. Die Kissen hab ich mir neu geholt, letztens. Ja, sind auch bequem. Finde ich jetzt so. Ja, finde ich auch. Den Stoff schwitzt man nicht so drauf. Stimmt. Kann man gut sitzen. Ja, und sonst? Willst du irgendwas fragen oder so? Ja. Hast du gut hergefunden? Ja, also ich wohne ja hier. Deswegen. Hast du gut hergefunden? Ja, ich hab jetzt auch. Bist ja hier, ne? Ja, jetzt bin ich dann hier. Ja, scheinbar Wetter ist komisch derzeit, ne? Ja, also. Regnet voll oft, wieder Sonne manchmal. Weiß man nie, was man anziehen soll, ne? Ja. Das sieht gut aus, das jetzt her, ne? Ja, voll. Cool, her, lass es dir schmecken. Danke, du auch. Ja, mach ich. Schmeckt's? Mhm. Ich probier auch mal. Sorry, ich bin ein kleines bisschen nervös. Ich hoffe, das merkt man mir nicht so sehr. Nein, nein, alles gut. Lecker. Schmeckt dir auch? Ja, schmeckt sehr lecker. Cool. Ah, scheiße. Sorry. Du hast da was am Finger. Oh, ups. Also, ich mach das kurz sauber. Willst du noch was trinken? Ich hab noch Wasser, danke. Cool, okay. Ich hab kein Wasser mehr jetzt gleich. Willst du mit von mir? Ja, gerne. Danke. Oh, scheiße. Soll ich dir was zurückgeben? Nein, 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 nein. Das war's. Entschuldigung. Entschuldigung. Mann, hat's dir denn auch gefallen sonst so? Das Date meinst du jetzt? Ja, ja, alles halt. Ja, war sehr gut. Aber sollen wir uns ja nochmal treffen? Ja, vielleicht. Cool. Ja, schön, dass es geklappt hat. Das freut mich auch voll. Ja. Schönes Haus hast du. Dankeschön. Ja, mein Ex-Freund hatte auch so einen Stil. Echt? Ja, der konnte sowas richtig gut. Ja, aber erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Was machst du so in deiner Freizeit? Ich geh auf jeden Fall gern essen. Ich war auch immer voll viel mit meinem Freund essen. Also mit meinem Ex-Freund meine ich natürlich. Ja, du so? Ja, also ich spiel sehr gerne Basketball. Ja, mein Ex-Freund war auch richtig gut im Basketball spielen. Ich war dann auch immer auf seinen Spielen und so. Okay, aber du bist jetzt gerade schon Single, ne? Ja, ja, ich bin auf jeden Fall gerade Single. Also mein Ex und ich sind jetzt beide Single. Ja, es läuft ja super bisher, oder? Ja. Ich finde, man merkt immer gleich, ob man auf einer Wellenlänge ist oder nicht, oder? Mhm. Doch, das könnte passen. Ja, das hat geweibt. Also sind wir uns, glaube ich, einig, dass das wiederholen war, ne? Einig. Ähm, also kleinen Moment. Ich muss hier gerade mal was wichtig ist. Ja, klar. Kein Problem. Lass dir Zeit, wenn's wichtig ist. Wir haben ja noch den ganzen Abend für uns. Oh. Oh, du bist angerufen? Ja. Hallo? Ja. Och ne, was ganz Schlimmes. Ja, okay, ich komme. Ja, tschau. Meiner Freundin geht's gar nicht gut. Ich muss jetzt wirklich echt gehen. Ach, jetzt direkt? Ganz schnell, ja. Das ist natürlich ärgerlich. Ich weiß nicht, wie lange du jetzt da bist. Ich kann gerne warten oder wir holen das später nach. Oder morgen. Ja, vielleicht. Dann schreib ich dir, dann machen wir morgen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Ja. Perfekt. Ja, war's gut. Dann kann ja passieren, ne? Ja, ja. Tut mir leid. Ja, tschau. Tschüss. Das waren Dates, die jeder kennt. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, welche dieser eben gesehenen Dates ihr schon mal hattet. Und vielen lieben Dank an unsere wunderbaren Gäste Emilia, Laura und Jennifer. Alle Links natürlich in der Beschreibung. Ihr wisst, was zu tun ist. Alle Folgen. Und vielen Dank auch an unsere tolle Location des Miss Hops in Bochum. Auch da findet ihr alle Links in der Beschreibung. Bis zum nächsten Video. Mädels, vielen Dank nochmal. Danke. Und... Wuhu. 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 Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Nicht direkt. Aber einige Merkmale von... Ich wusste das ja noch sagen. Willst du mein Dessert auch noch? Ich kann nicht... Nicht direkt, aber einige Merkmale von Pferden, hab ich mir sagen lassen, finden sich auch an mir. Wie? Das war... Hörbe. Runterspülen mit Wodka. Ja, das ist voll gefährdet. Hast du noch 20 Cent klein? Boah, das ist schon ein Dinger. Boah. Ey, sorry, das war so heftig. Ya, jetzt nicht direkt, aber ich hab noch schon... Wer konnte was hoch? Okay, ich glaube, das reicht.